Willkommen zurück zu Let's Play Creepy Castle! Ich muss ehrlich sagen, ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Und hab keine Ahnung mehr, wo zum Teufel wir schon waren und wo noch nicht. Waren wir hierher oder so? Ich glaub wir kamen hierher. Nee, aber hier war die, es ist halt. Stimmt, und hier ging es nicht weiter. Ha! So war das. Wow. Ein Talentfall kann man sein. Wie Talentfrei und gleich Crit kassiert. Also, Willkommen zurück ins Spiel. Have it and eat it too. Wir haben nicht mal schwache Highlight-Items. Wow. Gut, was haben wir denn hier? Rockgirl, hiya there! You, new to the iOS, maybe I can give you some guidance. There's a cool high-tech project from the lab stored here. It's called the phasing device and lets you move through flickering doors. It's sealed off behind four locks. There are big enemies here called guardians, who each got a key to these locks. Looks like due to some construction woes, the phasing device is the only way back out of here. Oh, silly. So, bitch. Kein Crit mehr bekommen, bitte. Äh, äh, scheiße. Oh, perfect. Das heißt, er ist tot. Okay. Ich meine, ich will nicht sterben. Oh, da komme ich nicht hoch. Aber ich will auch nicht das saugute Highlighting verschwenden. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach nur was Beste. Äh, Eggplant. You would rather have an Egg, but this plant will go through. Oh, ein Glück. Oh, warte. Oh, fuck. Ich hätte ja einfach mich an den komischen Tanzdingen heilen können. Ich pfeife. Na, toll. Na, ja, dann Sumo-Ringen und raus hier. Es war einfach. Was ist das? Achso, nur ein Hintergrundding. I can eat this. It's looking at me. Plus zwei. Ist das ein Schrimp? Aha. Oh, hier geht's zum Heilteil. Ich hab das noch im Kopf. Und hier ist... Schon wieder ein Strike. Ist da irgendwas Tolles? Nein. Na dann, nochmal nach oben. Okay. Rockman. Oh, Erfahrung. Warte, ich kann da nicht runter. Warum kann ich da nicht runter? Das ist... ...nicht abgeschottet. Boah, bin ich tief gefallen. Donuts. Äh, Quatsch. Doch, wir sind... Wir sind Donuts. Und Schokolade. Und Eis. Ah, wir müssen auf die zweite Seite gehen. Und dann können wir erst, ähm... Weiß sie. Shit. Na, da haue ich mich halt ein bisschen. Ich komme ja jetzt gerade nicht zurück zur Tür. Äh, ich sollte vielleicht aufpassen, weil... Geht schon wieder los hier. Perfekt. Avalanche-Sharp heißt es. Die Fähigkeit übrigens... Oh, ich hab gefehlt. Und ein Crit abbekommen. Das war so verdient. One-hit-KO normal enemies. Oh, das war das. Perfekt. Nice. Und der Eckblatt. So viel Heile-Items, aber... Ich krieg auch so viel auf die Schnauze hier. Das ist nicht feierlich. Aber, der Fakt. Guardian. Äh, na dann. Three lives get four stars. Hoppala. Immer großartig. Äh. Hopp. Perfekt. So ein Scheiß. Äh. Komm, sterb. Aber ich hab doch... Vorhin fällt mir grad ein schon so ein Guardian gesiegt. Oh, es war nicht okay. Ein Crit. Get four stars. Soll ich. Das ist doch scheiße. Jetzt hör auf, ständig diesen blöden Stern zu bewachen. Fuck. Naja, das will man machen. So. Da ist jetzt der Key. Zwei Leben. Oh, ein Schweizerpum. Da hab ich gar nicht gerechnet. Safe. Woho. So viele... Äh... Was noch immer Strikes. Vielleicht sollte ich die echt mal benutzen. Uuuuuh. Gequittet. So, jetzt. Bit and Perfect. Dann hab ich. Damage los. Und blöden Gegend. Ja, perfect. So ein Gas maskiert. Und ne Bombe. Was ist denn los? Ich krieg kaum noch Highlightings. Aber so viele von den... Von Damage Items. Ich muss halt vielleicht den Back wechseln. Na ja doch. Highlightings krieg ich doch noch. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich hab' gezieht. Nicht sterben ist ein gutes Ziel. Äh... Oh. Ich hab's ja gar nicht angewählt gehabt. Ups. Okay. Ich denke, ich hab' auch alle Tests jetzt. Oh, so komm' ich gar nicht hoch. Okay. Also so. Äh... Ja. Oh, da ist ja das XP-Cross. Drei von vier. Ah, ja klar. Kann das ja nicht runterkommen, wenn da Lava ist. Ah, und hier kommt ich hier wieder hin. Hm. Jetzt macht das Ganze auch Sinn. Die hätte ich fast... Hätte mich fast erwischt. Weil ich sie vergessen habe. Wie peinlich. Noch brauchen wir die Heilung hier nicht. Aber vermutlich bald. Vier Leben. Ach, probier' mal den hier. So. Perfekt. Ich hol' mal die Heilung. Das ist übrigens auch der Nexie Guardian. Also, go. Let's dance. Nice. So, dann wird das Heim aufgeklärt. Ah, jetzt ist es wieder weg. Das ist nervig, dass das einfach... ...praktisch deaktiviert wird, sobald wir uns einmal geheilt haben. Was soll's... Ich meine, ich verstehe es zu einem gewissen Grad, sonst wäre es wahrscheinlich zu unfair. Äh, Heilung. Das wäre... Äh, Quatsch. Speicherverpackung. Was wollte ich sagen? Gabe saved. Okay. Dann, zweiter Guardian hier unten. Jetzt sagen, auf dem wir so viele Special Strikes haben. Uuuuua, Ulrike Strike. Äh. Nur ein Okay. Wahrscheinlich wieder so ein Millimeter. Ja, irgendein blödes Labyrinth. Oh, come on. Boah, vier Stück. Perfekt. Ohne ein einziges Mal Gator zu werden. Äh, jetzt, äh, Zeug. Ja, äh, 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 ich hab's gerade voll verkackt. Und das soll's. Der ist da oben. Nächster Schlüssel. Okay, ah, hier kommen wir nur zurück, okay. Naja. Ah, ja, gut, stimmt. Das, ähm, wird, das sind beide Richt... Äh, werden beide in eine Richtung, könnte man sich vermutlich ne Kiste klauen. Locken, ey. Perfekt. Einmal dann, Scherbe. Na, komm. Ohne Damage zu bekommen, so gefällt mir das. Komm schon. Wie viel von den Missviechern gibt's hier denn bitte? Nochmal, okay. Perfekt. Und wieder Damage los. Und so gefällt mir die Sache eigentlich schon echt gut. Und der Banana für zwei Leben. Was soll's? Ältlich mag ich nicht. Oh, was soll's? Uhuhu, interessant. Äh, was ist das? Not sure why they call them, äh, these white, but okay. White? Keine Ahnung, was das ist. Sieht eigentlich aus wie Trauben, also Grapes. Und die sind nicht white. Was ist hier? Zeug. Schon wieder Avalanche-Shub. Perfekt. Nächste Runde. Nochmal Avalanche-Shub. Rockman, we will rock you. Perfekt. Und wieder ein Perfekt-Killin gelegt. So viele Kisten hier, was davon sind Mimics? Keine Ahnung, aber das war keine. Ah, okay, und hier geht's auch nicht weiter. Ah, okay. I see. Das war knapp. Da oben ist der Gali. Perfekt. Oh. Boah. Perfekt. Er hat einfach einen Crit rausgehauen. Respekt dafür. I have no problems eating this. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber es hat auch nur zwei, also. Wow. Erstmal einen Crit bekommen. Also gefühlt machen wir selbst viel zu wenig Crit und die Gegner viel zu viele, aber... Was soll's? Bagel. Wow. Rockman. Nächste Avalanche. Schau. Wenigstens ist er kein Map hier. Bro. Oh. Oh, ein Crit. Ach, warte, die machen immer Crits. Es gefühlt war eine einzige Möglichkeit, Crits überhaupt zu machen. ich war es nicht weit schlecht 9 wir sind es so viel sechs acht 9 was eigentlich ist ok special attack irgendwann müssen sie auch weg gegen den Guardian würde ich sagen lohnt sich es wenigstens ah perfekt sogar mighty war heißt die Fähigkeit 3 lives 4 stars ok wow war diesmal relativ einfach würde ich sagen kein Fall damage wo bin ich jetzt ah da ok i see aber jetzt der letzte Schlüssel die Frage ist ah ok ich will natürlich alles Loot haben das heißt stirb Rockman ah ich habe bisschen Sumo ringen warum kämpfen die überhaupt nicht deswegen haben sie überhaupt nicht Bagel kann ich diesmal tatsächlich brauchen wenn man durch den Kampf so viel verliert so viel verliert dass ich das Highlight dass man das Highlight nehmen muss ist schon scheiße aber so und ja es ist aber vielleicht auch es ist also es ist auch machen und einmal eine Mimik? Nein. Too many Fries? Nein. Plus neun, das halte mich. Sobald ich ein Leben habe, halte es mich. Nein, warte. Das klingt falsch. Wenn ich nur noch ein Leben habe, macht es mich trotzdem voll. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich könnte mal da oben, wo ich die Tür aufgemacht habe. Komme ich da noch hin? Komme ich da noch hin? Nein, weil ich runtergesprungen bin. Okay, ich mache die Strecke nochmal. Weil ich es kann. Und dann habe ich jetzt das Level geschafft. Ne, ich habe einen Guardian noch nicht. Einen Guardian fehlt noch. Der ist irgendwo rechts. Und unten noch. Nein, warte. Den habe ich noch kurz gemacht. Boah, her. Ich muss einfach mal den Schlüssel zählen. Mach ich gleich. Einfach mal nicht auf dem Ding stehen bleiben und viel zu viel Damage kassieren. Und auf dem am besten auch nicht. Oh, wow. Wow. Das zeugt von Talent. Aua. Boah. Ich habe eins, zwei, drei Schlüssel. Mir fehlt noch einer. Stimmt, ich habe unten links einen gemacht. Und der Rest war woanders. Oh, da hätte ich ja überhaupt gehen können. Okay, aber ich sehe gerade, wir sind am Ende unserer Zeit für heute. Ich hoffe, dir heute hat es wirklich Spaß gemacht. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Let's Play Creepy Castle. Mit dem letzten der vier Guardians und dann der Fähigkeit zu phasen. Direkt unter uns übrigens. Wir seien vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao, ciao.